Fresh, Asmere ist wieder zurück und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, das Kanal heute wieder zu, wenn man das sagen kann, Asmere Photoshop Design mäßig. Heute machen wir zwei Emotes für Babygirl Asmere. Ja, und Lisa, du bist im Video. Genau, für sie machen wir die Emotes und ganz kurz hier. Das sind by the way die zwei Emotes, die wir heute machen werden. Und wenn dir meine Videos gefallen, kannst du gerne kostenlos ein Abo da lassen, da ich dir dann kein neues Video mehr verpasst. Und ja, ich habe die vorher schon gemacht, sonst würde der ganze Mutzler jetzt vier Stunden dauern. Und ich zeige aber nochmal in Kurzfassung, wie ich die gemacht habe. Und ja, zuerst habe ich halt erstmal hier das Ganze ausgestellten. Das seht ihr jetzt mal so ein bisschen Zeitraffer, weil das Ewigkeiten dauert. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen Tapping dazu. Das ist lustig, ich höre mich gerade selber. Und schaue während der Aufnahme. Babygirl Asmere Stream. Passend. Wenn man jetzt schon mal schläft, während das Aufnehmen des Videos ein, wenn man die Trigger selber hört. Passend. 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 App他的 casserole. Schlusslich, das klingt an der Aufnahme ganz ganz anders als in real life. Wo der Gegengestand ist so klein, da bekomme ich die ganze Zeit einen Krampf in der Hand. Falls man im Laufe des Videos vielleicht irgendwie die Straße oder sowas hört, tut mir leid, ich hab's Fenster offen. Aber jetzt nachts sollten wenig Autos rumfahren. Ok. Okay. 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 Genau, dann nehme ich den Avatar, den ziehe ich dann einmal hier rüber, mache den etwas kleiner, ein bisschen schräg, dann, wie gesagt, die Hände hier, warte mal, genau, die 1 machst, yes, und ziehe jetzt hier so ein bisschen hin, machen das noch ein bisschen runter, also das wird wahrscheinlich jetzt nicht 1 zu 1 so, wie, dass letztendlich, dass es sich fertig ist, dann schreiben wir nochmal hier rein, genau, mit der Font, Badaboo, Bibi, habe ich auch ewig gesucht für die Font, habe ich ewig geguckt, welche Font nehme ich denn, und, ja, das machen wir jetzt ein bisschen schräg, können das Ganze doch noch etwas größer machen, die Hände vielleicht nicht direkt so sehr, aber etwas so hier, und, so, dann, am längsten hat es sich das Raussuchen der Font, also der Schriftart gedauert, dann machen wir hier erstmal eine Kontur, so, warte mal ganz kurz, so, falls das bis jetzt ein bisschen sehr unrockig war, tut es mir leid, das weiß ich nicht, ein bisschen sehr rotes Bild gewesen, ich hatte den Nachtmodus noch an, ich nehme das ganze Video jetzt hier um 22.45 Uhr auf, auf, und ich glaube, ich bin so, so etwa die Größe, das stimmt jetzt, glaube ich, von der Farbe nicht 1 zu 1 überein, aber irgendwie sowas müsste das sein, so. So. Und, es wird ein bisschen, aber noch minimal heller. Ne, ich glaube doch nicht, ich glaube es war gleich genau. Und dann haben wir noch einen Schatten nach hinten, nicht einen Schatten nach hinten, sondern einen Schein nach hinten. So, hier, so, ein wenig und vom Schlagschatten nehmen wir jetzt hier nochmal das Ganze und das Ganze jetzt ein, machen das ein bisschen dunkler, setzen das hier noch auf normal, genau, jetzt brauchen wir den Abstand noch ein bisschen, die Größe machen, es noch ein bisschen überfüllt, damit er etwas kräftiger ist, das Schatten, so, das ist absolut zu viel, so, ich finde es noch ein bisschen sehr dunkel, generell muss das Ganze heller werden. So, und hier noch, hier, beim Schein nach hinten, ja, das muss hier etwas hoher noch ab sein. Ja, in etwa so. Also, theoretisch war es das schon mit dem ersten Moment. Ja, kann man so sagen. Und, so, das ist, sagen wir, der erste Moment, genau. So, das ist, sag mal, der Schnellfassung, das war der Hey-Mode. Und dann machen wir jetzt noch den High-Mode, ganz schnell. Dafür nehmen wir jetzt hier wieder ihren Avatar. Den habe ich extra vorher wieder angefertigt. Deswegen ist der auch schon ausgeschnitten. Also, die ganzen weißen Stellen und so sind weg. Drehen wir den, aber nicht so doll oder so ein wenig und machen den kleiner. Machen, dass man das da unten nicht so weg hat. Dann nehmen wir jetzt die Hand. Die muss sich wieder ein bisschen ausschneiden. Das seht ihr jetzt. Da, 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 da. Scheiße, Snapchats Nachrichten, da vibriert das Handy immer, wenn man darauf tappt, vergesse ich immer den lautlosen Modus reinzumachen. Kommt mal dieser Sound. Genau, die Hand haben wir jetzt hier, die ist aber noch zu groß. Deswegen mache ich die noch ein bisschen kleiner. Dreh die so ein bisschen nach unten, damit die so extrem tolle Bild ist. Und jetzt machen wir den Text. Machen die wieder so ein bisschen schief. Und den Text machen wir jetzt hier mit einem Bogen auf plus 25, glaube ich. Oder fast weniger. Das ist 20. Ich glaube es war 20. Das ist aber noch etwas kleiner. Also wie gesagt, ich bennte euch am Ende nochmal die fertigen Emotes ein. Die sehen dann etwas anders aus als hier im Video, weil das jetzt hier ist. Aber nochmal schnell durchgekommen. Hier sehen wir die Kontur. Das habe ich nämlich etwas blau gemacht. Machen wir drei. Dann, nicht so schön, sondern die Verlaufsüberlagerung haben wir auch wieder in so einem blau. Kommt. So. Dunkleren blauen Zonen. Etwas helleren blauen. So. Das ist ein bisschen sehr wenig hell. Dann machen wir mal so. Ja. Dann machen wir mal so. Mach das hier einfach dafür dunkler. Ja. Und jetzt wieder der Schein nach innen. Dann bauen wir wieder hier. So. Das gibt den ganz schönen Effekt. Und der Schlagschatten. Den machen wir natürlich auch wieder dazu. So. Etwa so hier. Bis jetzt sehr viel. Ich glaube. So ist besser. Das war zu viel. So habe ich mich verklickt. So. Dann. Das sieht jetzt nicht genauso aus. Ich muss das noch. Gefällt dir oben. 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 Das noch nicht. Ganz. So. Perfekt. Dann öffne ich jetzt mal. Okay. Ich habe es jetzt einfach nicht gefunden. Und habe es deswegen aus der Datei genommen. Vom Original. Jetzt muss ich das hier natürlich noch ein bisschen anpassen. So. So. Das kleiner. Ein bisschen hoch. Ein bisschen drehen. Wieder. Wieder. Wieder hoch. Jetzt sieht man, das ist schon fast perfekt. Jetzt mache ich hier noch eine Maske. Und. Ach. Was hier oben drüber steht. So ein wenig weg. Und das was unten drunter ist. Und. So ein wenig weg. auch. Natürlich ist das jetzt nicht so gut gemacht. Dann. Fehlen jetzt eigentlich nur noch so ein paar. Wuckelsterne. Dafür nehme ich das Polygonwerkzeug hier. Ja. Mach mal kurz eine neue Leer. So. Da. Und. Mach mal so. Und jetzt so. Ist jetzt nicht der beste Stern. Aber. Was soll man sagen. Ja. jetzt machen wir einen Völleffekt darüber wieder. Mit einer Kontur. Eine schöne hellblaue Kontur. So was da. Okay. Das ist ein bisschen sehr hellblau. So. Und dazu noch ein Schlagschatten. Schön groß nochmal. Und. Auch in seinem. Hellblau. Da seht ihr schon. Das bekommt so einen kleinen. Effekt. Also. So. Ja. Ja. Und. Die platzieren wir jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen. Der ist noch ein bisschen groß. Ein bisschen kleiner machen. Kopieren wir den. Platzieren die hier so ein bisschen. Natürlich ein wenig von der Größe variieren. Sonst wird das so. Stupide. Wir können noch einen kleinen dort unten. Dort platzieren. Aber ich bin ehrlich. Die sind noch ein wenig zu groß. Und auch der erste. Noch ein bisschen zu groß. So. Und jetzt nehmen wir noch einen. Wir machen den ein bisschen kleiner wieder. Platzieren den dann etwa da so. Und. Nehmen den hier rechts. Und wir verschieben den hinter sie. Können wir den noch so ein bisschen verstecken. Und. Fertig. Das ist in etwa so. Der High B-Mode. Das war so eine Schnellfassung von. Genau. Dann hoffe ich dir hat das Video gefallen. Und. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.